Oma ist verlassener und neu fragt mir dann bei Ihnen... Warum machen Sie denn das? Da sprachen wir über 100 Jahre gefallener. Nein, ich muss doch noch mal sparen für mein Alter. Das ist Berlin, 10. Dachs, ist Berlin. Eine Stadt, die sich gerascht hat, ist Berlin. Im Zoo hat sich ne Stute den Körperstorch bestellt. So brach die Pferdendame jetzt ein Mauntierkipp zur Welt. Die anderen Tiere schimpften, ein Esel so ne Schmaß. Doch waren sie alle stillen, als die Pferdendame schlacht. Wer sich darüber aufregen muss, knallern. Ja, man kann die Augen noch nicht überall haben. Sind das, ist Berlin. Sind sie nass, ist Berlin. Eine Stadt, die sich gerascht hat, ist Berlin. Am Funkton steht ein Zirkus, da tritt ein Fahrt hier auf. Dem nageln sie die Zunge, abends auch ein Holz mit drauf. Herr Lehmann, der dort zusammt, der ist ängstlich wie ein Huhn. Der rief begeistert. Ja, das scheint ja gar nicht weh zu tun. Die Zunge ist dem Lachen der Schollen. Dem Übung war mit meiner Olden. Der Rast, ist Berlin. Der Rast, ist Berlin. Ein Band, die sich gerascht hat, ist Berlin. Der Rast, ist Berlin.